Moin Fios, ich grüße euch zu meinem Video mit den Blitz- und Donner-Raketen von AWA heute. Da hab ich echt Bock drauf. Mal gucken was sie können. Feuer frei. Leider kein Fokus. Ohne Licht versuchen. Ohne Licht. Ohne Licht. Vielen Dank. Ich finde auch irgendwie, abgesehen davon, dass die eine gerade da ein bisschen geblinkt hat, sehen die alle etwas gleich aus. Okay, die war nur ein Blitz. Das war einmal ein Durchzünder. Also wenn die so zwei Meter vor einen hoch scheppern, rumpfen die ganz schön. Die fand ich ganz okay. Okay, fand ich nice. So, und die letzte. Genau. Ich glaube, ich habe die für 14,90 Euro oder was gekriegt. Das kann man machen, aber mehr bezahlen. Es gibt auch welche, die bieten die für 17 an. Finde ich dann schon krass. Na gut, Büros, dann bis zum nächsten Mal mit rein. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017